Kennst du den Sterneffekt, den man erzielen kann, wenn man mit einer geschlossenen Blende fotografiert? Aber mit einer geschlossenen Blende fotografieren bedeutet auch immer, dass man etwas an Bildqualität verliert. Jetzt könnte man auch mehrere Belichtungen machen mit einer etwas weiter geöffneten Blende mit guter Qualität und dann mit einer ganz geschlossenen Blende nur für diesen Sterneffekt. Dann kann man das Ganze auch später mit mehreren Ebenen in Photoshop zusammensetzen. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, wie wir das Ganze jetzt rein softwaretechnisch lösen können. Und das zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Es gibt zwei Varianten, wie man diese Sternenform hinbekommt bei Lichtern. Zum einen kann man es fotografisch lösen, wenn man die Blende sehr, sehr weit schließt, also Blende 22 zum Beispiel nutzt, dann bekommt man so einen schönen Sterneffekt hin. Das funktioniert dann auch gut mit der Sonne zum Beispiel oder auch mit dem Mond oder bei Straßenlaternen. Jetzt ist aber das Problem, wenn man Blende 22 benutzt, dass die allgemeine Bildqualität doch relativ stark leidet in so einem Foto. Und ich persönlich möchte immer die optimale Bildqualität haben. Und bei den meisten Objektiven ist so der Sweet Spot einer optimalen Bildqualität zwischen Blende 5, 6 und Blende 11. Irgendwie so dazwischen, da ist das Bild meistens wirklich am schärfsten. Jetzt könnte man sagen, okay, man könnte auch zwei Belichtungen machen. Einmal eine Belichtung, wo man die optimale Bildqualität hat, zum Beispiel mit einer Blende 8. Und dann nochmal eine Belichtung mit Blende 22. Und dann könnte man genau an den Stellen, wo jetzt dieser Sterneffekt eingeblendet werden soll, könnte man das Ganze dann rein maskieren. Aber man kann das Ganze natürlich auch ein bisschen einfacher lösen, denn mit Lumina Neo ist jetzt hier eine neue Extension, beziehungsweise eine neue Erweiterung rausgekommen. Das zeige ich dir jetzt hier mal ganz kurz, nämlich magisches Licht AI. Die habe ich mir jetzt hier mal installiert. Und ich zeige dir jetzt einfach mal anhand hier dieses Bildes zum Beispiel. Das habe ich hier mit einer Blende 8 fotografiert. Und deswegen ist das hier auch wirklich super scharf geworden. Aber natürlich, ich habe jetzt hier nicht diese Sterneffekte zum Beispiel in den Straßenlaternen hier drin. Wenn ich das jetzt aber möchte, dann kann ich mit diesem neuen Tool das Ganze softwaretechnisch lösen. Also wenn ich das jetzt nicht fotografisch gelöst habe, dann kann ich das jetzt hier in Lumina Neo machen. Dafür gehe ich jetzt hier einmal auf den Bearbeiten-Tab und kann dann unter Erweiterung hier einmal magisches Licht auswählen. Jetzt habe ich hier eine ganze Menge Regler. Zum einen die Intensität. Das ist jetzt erstmal so der Regler, der aktiviert werden muss, damit dieser Effekt überhaupt sichtbar wird. Der steht aktuell bei Null. Und wenn ich den jetzt hier mal nach oben drehe, dann wirst du gleich sehen, wie jetzt hier das Ganze in den Lichtern so eine Sternenform hier bekommt. Und das ist genau dieser Effekt, den ich eigentlich erzielen möchte. Ich drehe jetzt die Intensität hier einfach erstmal auf plus 100. Dann sieht man das hier wirklich auch sehr, sehr stark, was passiert. Du siehst jetzt auch, das passiert jetzt nicht nur hier oben in den Mainstraßenlaternen, sondern auch hier, hier, hier überall. Also hier werden überall Lichter erkannt und überall, wo diese Lichter erkannt werden, kommt auch dieser Sterneffekt im Endeffekt drauf. Und jetzt habe ich hier noch eine ganze Menge weitere Regler, mit denen ich diese Sterne noch ein bisschen bearbeiten kann. Zum einen kann ich die Größe einstellen. Also ich kann sie größer machen, ich kann sie kleiner machen. Sieht man hier sehr stark, dass auch das gesamte Licht dann dadurch natürlich ein bisschen größer wird. Also gerade hier, wenn du dir die beiden Laternen hier auf der linken Seite anguckst, da wird es am deutlichsten, weil die am größten sind. Da wird dann auch dieser gesamte Lichteffekt, dieser Schein drumherum natürlich auch noch größer. Dann habe ich eine Strahlenbreite. Also ich kann die Strahlen breiter oder dünner machen. Jetzt sind sie ganz dünn zum Beispiel. Ich kann sie aber auch dicker machen, je nachdem, was mir da selber gut gefällt. Dann habe ich einen Regler Leuchten. Da kann ich jetzt dieses Leuchten, was ich jetzt gerade eben schon mal in der Größe hatte, auch nochmal separat so ein bisschen einstellen. Also wenn ich jetzt hier ein bisschen mehr Leuchteffekt noch mit drin haben möchte, dann bringe ich diesen Regler ein bisschen weiter nach oben. Dann habe ich den Effekt Klarheit. Ja, da werden die Strahlen dann nochmal so ein bisschen davon separiert. Dann wird das Leuchten so ein bisschen rausgenommen. Oder ich kann es halt sehr doll verwischen. Dann habe ich einen Regler Helligkeit. Da kann ich jetzt nochmal einstellen, wie intensiv dieses Licht, was dann nochmal oben drauf gelegt wird, sein soll. Ich würde den immer nicht ganz so doll nach oben drehen. Kommt natürlich auch mal ein bisschen drauf an. Aber diese Laternen hier zum Beispiel, die haben ja so ein bisschen so einen, ja, wärmeren Lichtton. Und wenn ich jetzt die Helligkeit zu sehr nach oben drehe, dann wird das einfach nur strahlend weiß und überstrahlt so ein bisschen. Deswegen würde ich die Helligkeit hier tatsächlich sogar ein bisschen runterstellen. Dann habe ich die Anzahl der Strahlen. Also ich kann jetzt hier auch einstellen, ich möchte ganz viele Strahlen drin haben. Persönlich gefällt mir das nicht ganz so gut. Also da bin ich eher ein Freund davon, ein paar weniger Strahlen drin zu haben. Standardmäßig steht der, glaube ich, auf sieben. Das finde ich eigentlich auch ganz gut, ja, wenn das nicht zu viele Strahlen sind. Und dann kann ich hier noch die Drehung einstellen. Also wenn ich das jetzt hier irgendwie noch ein bisschen drehen möchte, kann ich auch das hier im Endeffekt noch tun. Okay, also so kann ich jetzt im Endeffekt hier mir mal meinen Sterneffekt einstellen. Und ich würde jetzt hier von der Größe das Ganze noch ein bisschen doller machen. Die Strahlenbreite vielleicht ein ganz kleines bisschen doller noch. Das Leuchten nehmen wir mal ein kleines bisschen zurück. Auch Klarheit nehmen wir mal so ein kleines bisschen zurück. Helligkeit passt soweit. So. So gefällt mir das jetzt erstmal hier weit ganz gut. Vielleicht die Größe ein kleines bisschen noch zurücknehmen wieder. Ja, sollte nicht ganz so groß sein. Ich stelle mal die Größe so auf 30. Das reicht mir vollkommen aus. Und jetzt fragst du dich vielleicht, naja, okay, jetzt haben wir hier diesen Effekt draufgelegt. Aber im Endeffekt möchte ich den ja gar nicht überall haben. Hier zum Beispiel in der Ampel, da gefällt er mir überhaupt nicht. Und das Gute ist, man kann das Ganze jetzt natürlich noch maskieren. Wir haben jetzt hier einmal Anpassung und hier haben wir noch einen Reiter maskieren. Und jetzt kann ich sagen, ich nehme hier mal einen Pinsel und klicke das Ganze dann auch einmal auf Radieren. Dann kann ich bestimmte Bereiche wieder ausmaskieren. Oder wenn ich anfangen möchte, dass nirgendwo was zu sehen ist und ich möchte nur einzelne Bereiche reinmalen, dann kann ich hier auch mit Malen das Ganze anfangen. Können wir ja auch mal machen. Dann würde ich jetzt hier einfach einmal anfangen, diesen Effekt hier an dieser Stelle wieder reinzumalen. Dann kann ich sehr genau kontrollieren, wo möchte ich diesen Effekt drin haben. Also jetzt hier zum Beispiel in diesen Laternen. In der Laterne hier möchte ich das noch so ein bisschen drin haben. Da male ich den Effekt auch rein. So, dann haben wir hier auch das Ganze wieder drin. Aber jetzt hier diese rote Laterne zum Beispiel, da möchte ich diesen Effekt gar nicht drin haben. Da gefällt es mir überhaupt nicht. Jetzt hier unten in der Spiegelung, da könnte ich es natürlich auch wieder reinmalen. Das können wir hier auch noch gut mit reinnehmen. Da gefällt es mir auch ganz gut. Und hier hinten könnte man jetzt überlegen, möchte ich das hier noch mit drin haben, zum Beispiel in dieser Laterne hier. Dann male ich den hier auch noch mit rein. Ganz hinten hier in diesen kleinen Lichtern, da gefällt es mir nicht mehr so gut. Hier könnte man es noch überlegen. Zack, da packe ich es noch mit rein. Da gefällt es mir noch ganz gut. Aber so habe ich jetzt die volle Kontrolle darüber, wo dieser Sterneffekt überhaupt angewendet werden soll und wo nicht. Also hier in der Ampel würde es mir überhaupt nicht gefallen. Hier oben gefällt es mir sehr gut. Und so kannst du jetzt wirklich ganz individuell reingehen und das Ganze dann auch entsprechend maskieren. Wenn mir jetzt irgendwas nicht mehr gefällt, hier unten zum Beispiel, will ich es hier wieder rausnehmen, dann klicke ich da einmal auf Radieren, male das hier unten wieder raus, den Effekt. Und dann ist das hier unten auch nicht mehr sichtbar. Also, funktioniert richtig gut. Es gibt diese zwei Varianten. Ich kann es entweder fotografisch lösen, indem ich nur mit Blende 22 fotografiere. Dann habe ich eine etwas schlechtere Bildqualität. Ich kann zwei Belichtungen machen mit unterschiedlichen Blenden. Dann kann ich die übereinander legen. Dann ist es aber im Endeffekt auch schon in der Bildbearbeitung drin. Deswegen ein bisschen einfacher ist es jetzt. Man muss nur noch eine Belichtung machen und kann hier entsprechend das Tool in Luminar Neo benutzen. Also diese Erweiterung quasi. Wie du es am Ende machst, ist natürlich dir überlassen. Ich möchte dir hier an dieser Stelle nun mal zeigen, dass es jetzt auch in Luminar Neo möglich ist. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du Luminar Neo mal ausprobieren möchtest, dann folge einfach mal unten dem Link in der Videobeschreibung. Dort gibt es auch nochmal einen Promocode, wo man nochmal 10 Euro sparen kann. Ja, das ist ein Affiliate Link. Also du würdest mich dabei natürlich unterstützen, wenn du das kaufst über diesen Link. Und ansonsten probiere es einfach mal aus, falls du Luminar noch nicht hast. Man kann es natürlich auch mit Photoshop machen. Wie gesagt, mit den zwei Ebenen, was ich vorhin schon angesprochen habe. Einfach zweimal fotografieren und das Ganze dann entsprechend einmaskieren. Dauert natürlich ein bisschen länger, aber ist genauso möglich. Oder du fotografierst es einfach direkt mit Blende 22. Aber wie gesagt, meins persönlich wäre es nicht, weil für mich die Bildqualität dabei zu sehr leidet und man schon wieder so eine ganz leichte Unschärfe in das gesamte Bild bekommt. Wie du es am Ende machst, ist natürlich dir überlassen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ihm so ist, gerne einen Daumen nach oben geben. Kommentiere natürlich auch gerne das Video und teile es mit deinen Freunden. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin. Ciao.